wird wieder zeit für ein bisschen perfekt oder 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 ja ja auf jeden fall herzlich willkommen egal ob du gerade den podcast hier nur hörst oder ob du ihn auch siehst und mich hier rum geflätzt in einer in meiner sofa ecke siehst mit einem glas wasser in der hand mit einem schluck es ist nicht mal mein ganzes glas es ist ein schluck wasser den ich mir noch gönne hier und zwar gönne ich mir den jetzt wenn du auch ein getränk hast wird es jetzt zeit den schluck zu nehmen ansonsten ein atem zu genachtsamkeit für dich bewusst in diesem hier und jetzt ankommen und zwar bäm jetzt so heute geht es um schöner denken nicht schöner wohnen sondern schöner denken schöner denken der fachbegriff bei uns im schigung heißt young denken also so dass wir dann kein anglizismus sondern ein sinologismus oder so wenn man chinesische begriffe ein deutsch das wird vielleicht auch noch mal kommen wir kennen nur den anglizismus so immer das eindeutschen von englischen begriffen oder über eine übernahme von englischen begriffen chinesisch young denken das wäre sinolozismus ding weiß ich nicht wenn du sprachwissenschaftler bist korrigiere mich bitte genervt und sag wie es richtig ist ich bin eigentlich sprachwissenschaftler literaturwissenschaftler zumindest aber nicht sinologe das muss ich nicht ich muss nichts mit chinesischen sachen kennen nur energetisch chinesisch schreiben und sprechen muss ich nicht können ich kann gebrochen ein bisschen chinesisch sprechen und einigermaßen einiges verstehen wenn ich ein paar tage wieder da gewesen bin weil ich ja normal nur einmal im jahr oder so dahin fliege und da rostet die sprache immer wieder ein man kann so ein bisschen einkaufen also ein zwei lustige späßchen machen aber es sind auch immer die gleichen späßchen die ich mache mehr mehr mich motiviert leider nicht chinesisch zu lernen das ist sehr sehr schade findet mein meister tut das auch in der seele wäre weh der wird sich so gerne mit mir auf chinesisch unterhalten und einfach sprachlich das mir auch geben was er kann und nicht in seinem gebrochenen deutsch immer ganz begrenzt mir versuchen dinge zu erklären aber es ist vielleicht auch gar nicht schlecht diese sprachliche barriere weil wie du ja inzwischen weiß das wahre qigong wissen das geheime wissen wird von herz zu herz übertragen und nicht über worte von daher das wesentliche kriegen wir eh nicht mit worten hin das heißt das was ich hier mache bei einem podcast das ist alles nur ein bisschen bespaßung zeitvertreib und verbindung aufbauen und natürlich nutze ich auch den podcast um während ich außen mit dir labere und ein laber flash nach dem anderen habe im innern von herz zu herz mit der schwarzen linse die aber nicht wirklich schwarzes denn das kommt ja irgendwo an irgendwann mal bei dir jetzt in diesem augenblick wenn du es hörst oder sogar siehst und dafür mache ich auch herz zu herz verbindung sehr abgefahren würde ich auch nicht in jedem podcast in jeder episode immer so betonen wollen weil es doch ein bisschen in richtung sektiererei spinnerei und man kann sich alles einbilden wenn man daran glaubt geht und ich bin ja nicht so ein einbilder vom herrn sondern eher ein analyst kritiker und ausprobieren und was funktioniert aber wenn sowas funktioniert auf solchen abgefahrenen ebenen nutze ich es also in diesem sinne du bist hier nicht gezwungen an irgendwas zu glauben oder sonst was sondern wir sprechen über themen und haben jeder erstmal so unsere meinung und inspirieren uns nicht gegenseitig sondern ich dich oder auch nicht gucken wir mal was haben wir denn heute hier als thema was haben wir als thema schöner denken schöner denken und dazu mal ein beispiel direkt am anfang von meiner mutter die wenn irgendwas schön war das essen gut oder irgendwas schönes passiert ist sie ist da häufig mantrisch fast schon zwanghaft entschuldigung mama an dieser stelle drauf rumgeritten wie schön das ist das ist so schön das essen das ist a ist das aber schöne minute später wieder das essen ist aber so schön dass man schon denkt was stimmt denn hier nicht muss die so zwanghaft immer wiederholen was da schön ist es ist so schrecklich dass man das machen muss im übertragen sinne ja es waren das ambiente zu hause war sicherlich in vielerlei hinsicht ich sag mal dicke luft ist noch nett gesagt dauerhaft also irgendwie auch geil aber ich sag mal durchwachsen durchwachsen mehr muss man an dieser stelle nicht sagen nur meine mutter ist so damit umgegangen dass man sagen könnte boah das ist aber ein realitätsflüchtling die sagt dann schon immer alles ist gut alles ist gut alles ist gut bloß nicht hingucken bloß nicht hingucken aber das ist keine dumme strategie so vogelstraußpolitik von wegen nur kopf in sand stecken und nicht sehen wollen was alles schlimm ist natürlich ist es wichtig dass wir dinge die nicht funktionieren die uns blockieren unter denen wir oder andere leiden wenn das in unserem einzugsbereich ist dass wir natürlich da auch eingreifen das sehen dass auch aussprechen ansprechen und darauf eingehen und auch zur handlung übergehen um dinge zu ändern das ist eine selbstverständlichkeit darüber wird nicht diskutiert aber es geht noch mal um diese hohe kunst des schönen denkens dass ein schöner gedanke eine andere wirkung auf dich hat als ein negativer gedanke und dass viele ihre negativen gedanken mit stolz vor sich her tragen und sagen ja ich bin stolz darauf negativ und pessimistisch zu sein weil wenn mal irgendwann in meinem leben was sehr selten ist mal was positives passiert bin ich so überrascht das ist für meinen endorphin dopamin ding sozusagen ich das ist einfach bescheidenheit es ist eine art von bescheidenheit dass ich sage ich bin mir bewusst das leben ist an sich ganz ganz bitter aber wenn mal was funktioniert oder so dann kann ich mich darüber freuen aber bitte keine enttäuschung mehr denn alle die positiv denken oder optimistisch sind die werden ja ständig enttäuscht die werden ständig verletzt die werden ständig traumatisiert mini traumas mittlere traumas große traumas ein trauma folgt dem anderen weil man ständig enttäuscht wird und blauäugig sich eingeredet hat wie schön alles sein wird und dann hat es wieder nicht geklappt ja ich dachte das ganze wochenende gibt es beim zelten gutes wetter und ja super kaum komme ich hin fängt es an zu regnen ja oder ich wieder mit nassen zelt nach hause nach am fingstreffen muss es da im kursraum oben auslegen lauter schnecken da alles stinkt sterbende schnecken die irgendwie entsaften auf dem boden jetzt wirklich das ist eine geschichte aus dem wahren leben und nicht von vor 30 jahren sondern gestern vorgestern heute ja ganz schlimm ich hasse es ein nasses zelt einzupacken im wissen ich muss ein nasses verdrecktes zelt bei mir zu hause ausbreiten groß nicht ein kleines idu großes viermann zelt und überall ist tage wochenlang nur dreck und muss immer drehen und gucken und es stinkt und dann sterben da tiere drin die fangen auch an zu riechen wie gesagt nacktschnecken da waren in dem bereich so viele nacktschnecken ich habe die alle vorher weggesammelt soweit das auge reichte aber es reichte nicht da haben sich einige verkrochen und die sind natürlich dann verendet und die lassen dann irgend so einen saft ab und das stinkt so unglaublich ekelhaft da ist hühnerscheiße noch besser weißt du wie krass hühnerscheiße stinkt war es schon mal auf dem bauernhof ich meine ich kuh oder schweinestall daran das kann man sich immer romantisch noch in eine positive ach jetzt aber schön auf dem bauernhof hier stinkt es aber schön nach kuh und schweinescheiße also ich finde ich kann mir das schön reden das riecht natürlich nicht gut aber es riecht nach bauernhof das einfach anders abgespeichert genauso wie stinke käse wenn man einfach nur den riecht da sollte keiner sagen geil das riecht aber richtig gut sondern eher so okay wenn man es ist ist es lecker aber ja habe ich verstehe schon der geruch ist ekelhaft warum habe ich das überhaupt jetzt alles gesagt warum schöne gedanken negative gedanken und meine mutter als großmeisterin des scheuklappendenkens und im positiven auch wirklich und das wird auch heute ein bisschen die methode werden da bereite ich dich jetzt schon mal drauf vor wir müssen also nicht ein scheuklappendenken entwickeln aber sagen wir es mal so wir machen jetzt mal wieder ein gedankenspiel zum mitmachen ja nicht so viel theorie bisschen mit zum mitspielen du bist jetzt ja wieder mal an irgendeinem ort und schau dich mal um wo du gerade bist und findest du in deinem sichtfeld blickfeld 360 grad an dem ort wo du bist etwas schönes und etwas nicht schönes was du siehst etwas was deine augen erfreut oder vielleicht wenn du die das konzert ticket für deine lieblingsband am kühlschrank siehst und du gehst da in zwei monaten hin wenn du das ticket nur ansiehst denkst du das wird geil oder wenn das in der vergangenheit liegt das war geil oder dass du da irgendwas siehst in dem raum im sichtfeld menschen oder gegenstände oder irgendwas wo du sagst oh das ist nicht schön ja etwas schönes und etwas nicht schönes und normalerweise tendieren wir menschen glaube ich dazu mehr auf das zu starren was nicht schön ist wieder so ein bisschen die affen die überleben wollen die tiere in uns dass das was stört die störfaktoren die eventuell auch das überleben bisschen gefährden dass die immer die alarmlampen leuchten aber das was schön ist das kann man ja so lassen da muss man ja nicht so darauf achten und wir haben aber die macht des menschlichen geistes dass wir wissen wir können das einordnen dass etwas was schönes nicht was nicht schön ist nicht unmittelbar unser leben bedroht das heißt wir müssen uns da nicht direkt die ganze zeit drum kümmern sondern wir können uns klar machen auf der meta ebene das ist meine gedankenwelt die ich hier habe und ich kann bis zum gewissen grad nicht komplett wenn es dir wirklich schlecht geht energie ist zu wenig alles ist übel dann versuchen nicht positiv zu denken dann mach die fünf übungen und bau dich auf das ist schon mal klar das heißt bevor du anfängst dich mit positiven denken auseinanderzusetzen sollte dein energiehaushalt erstmal einigermaßen im gleichgewicht sein nicht perfekt du musst nicht gesund sein aber ein bisschen renoviert aufgefüllt und ein bisschen wieder gepflegt dein ski so ein bisschen wie ein obdachloser der einmal wieder eine frische dusche einmal rasiert mal frische klamotten an ist gleich ein ganz neuer mensch kann man gleich ganz anders auftreten wenn man wenn obdachloser einen job suchen würde eine einmal vorher duschen waschen neue klamotten und so an start bringen bisschen unterstützung bisschen schub bäm nichts gegen obdachlose und auch nicht obdachlose sollen gefälligst arbeiten gehen auf gar keinen fall obdachlosigkeit dieses penner sein das wird im wudang qigong zum teil ziemlich heilig gesprochen dieses keine funktion für die gesellschaft haben aber dass das menschliche leben als solches einfach schon der wert ist und nicht die leistung die du erbringst allein das menschsein ist ein so hoher wert dass du kannst den ganzen tag als penner rumdümpeln nur saufen sonst irgendwas es ist trotzdem ein unschätzbarer wert das ist der spirit von wudang qigong das wurde abgebildet in drei unsterblichen heiligen die sich in den körper von drei pennern hinein gebeamt haben um dann einen zukünftigen großmeister zu belehren aber in gestalt von stinkenden versoffenen pennern die dir schnaps anbieten dreckigen fusel schnaps mitten auf irgendeiner brücke draußen und so ein millionär mit einem großen gut der dann gesagt hat okay ich trinke mit euch diesen weil er so ein sterblichkeitswein da bist du sterblich vor nur wichser und der sagt dann okay ich nehme an schluck und dann geht die reise für den los ja und das sollte uns eine lehre sein beziehungsweise mir wenn ich über obdachlose und penner spreche und so weiter gar nicht von oben habe nicht ganz im gegenteil seitdem ich so entwurzelt wurde als 15 jähriger von göttingen nach osnabrück hatte ich immer obdachlosen träumen und habe mich immer obdachlos und schutzlos und entwurzelt gefühlt und wollte auch zivi machen mit obdachlosen weil da ist mein herz für obdachlose für leute die ihr die aus so aus der spur kommen dass sie es nicht mehr schaffen hier irgendwie mitzuspielen bei dem gesellschaftsspiel was wir hier spielen dass mein herz sehr groß ist dafür dass ich sage mensch was können diese menschen für qualitäten haben die von gar keinem mehr gesehen werden weil man in ihnen nur noch unfähige unnütze penner sieht die eventuell durch ihr betrunken sein durch ihre ungepflegtheit so das stadtbild verschlimmern ja und das eigentlich besser wäre es ohne diese penner und so und das ist naja wie gesagt ich habe ein herz für obdachlose und für menschen die ihre existenz verloren haben die alles verloren haben die keine richtung haben die sich selbst verloren haben das sind so ja da sage ich so ich stehe bei euch an eurer seite und versuche ja auch hier im qigong club genau diesen spirit hochzuhalten dass man kann sagen wir alle haben uns einen obdachlosen oder eine pennerin oder so dinge die wenn ich auf die regel kriege auf die kette kriegen die uns überfordern so weiter dinge die wir aufgegeben haben uns selbst an gewissen gewissen bereichen aufgegeben haben einfach sagen normal ich lasse mich jetzt nur noch gehen da mache ich jetzt nichts mehr so menschen partnerschaften die wir aufgegeben haben manchmal auch zu recht manchmal auch zu recht aber heute geht es wie gesagt um das schöne denken im gegensatz natürlich zu dem negativen denken und wenn du also erst mal sagen wir es mal so eine große kunst kann es sein dass du einen schönen gedanken in dir entdeckst das heißt du bist irgendwo meistens hast du gar keine zeit für du bist eingespannt passt eh immer was zu tun und wenn nicht dann halt am handy wieder irgendwas regeln das heißt die tipps die ich dir jetzt gebe sind eigentlich wertlos für die heutige zeit das wäre im zeitalter vor dem handy sinnvoll gewesen jetzt kriegst du mal so einen richtigen nostalgischen tipp wie früher jetzt haben wir eigentlich gar keine ruhige minute mehr und auch gar keine sekunde mehr eigentlich wo wir einfach mal nur da sind auch nicht die gung übung nicht meditation einfach nur die klassiker sind bus haltestelle du wartest da und ja du kannst jede minute fünf mal auf die uhr gucken aber ja wenn du jetzt handy mal weglässt nicht irgendwas scrollen nachrichten lesen nachrichten schreiben sonst was sondern einfach du selbst sein und gucken was wie bewegt sich dann dein geist was für gedanken kommen dann woran denkst du wenn da nichts ist wenn da gerade kein programm ist mal für ein paar minuten ich mache das auch nicht gerne ich muss auch sagen ich bin es auch echt entwöhnt ich habe mich selber auch entwöhnt weil ich arbeite auch so viel an ipad und iphone und hier und da und immer beschäftigt und von ein zum anderen und man hat so viel zu tun und so viel vor aber obwohl doch einige male am tag schaffe ich dann dass ich sage jetzt mal stopp jetzt mal zwischen ich muss nicht nicht chi gung machen sondern meine chi gung übung ist jetzt mich aufs sofa setzen oder irgendwo einmal kurz innehalten und einfach mal eine minute nichts machen oder nur mich fragen wie geht es dir gerade was hast du gerade alles so gemacht das ist ein riesiger tipp einer der größten tipps gegen stress und burnout und alles ist nicht gehen eine kur und spring fünfmal im kreis und fang mit sport an und ernährung und du musst dein ganzes leben umstellen mini pausen das ist für mich schon ein solcher schlüsselpunkt dass wir einfach ein bisschen bewusster uns machen wo stehen wir gerade am tag nicht im leben nur am tag wie geht es uns gerade mit dem augenblick und nicht im ganzen leben das ganze leben ist oft eh zu groß und zu schwer sondern einfach jetzt in diesem augenblick ich habe ja gerade was gemacht zum beispiel im podcast aufgenommen so wie geht es mir jetzt damit was hat denn das mit mir gemacht wie fühle ich mich jetzt fühle ich mich jetzt gleich als vor der tätigkeit die ich gemacht habe bin ich irgendwie erschöpft oder fühle ich mich fröhlicher weil das hat so spaß gemacht und vorher war ich mies drauf aber dann waren da nette leute und jetzt geht es mir gut diese fragen also dieses ganz einfache dieser vorher nachher effekt von aufgaben und terminen und dingen die wir im alltag erleben und erledigen dass wir die nicht einfach wortlos aneinander rein sondern immer mal ein punkt setzen also nicht ohne punkt und kommaleben sondern als strukturierung unseres alltags immer mal und nicht eine stunde pause sondern mal eine minute und damit meine ich nicht eine minute in die kaffeeküche von der firma von der abteilung und mit anderen bisschen wieder quatschen wie scheiße der chef ist oder der stellvertreter oder so das meine ich nicht mit einer minute pause sondern wirklich du mit dir alleine echt mit dir alleine oder halt auch zu zweit geht es auch dass man das nicht in stundenlanges gespräch weil zu zweit kommst du schnell da in stundenlanges gespräch das soll nicht in klatsch und tratsch ausarten jedes mal sondern einfach nur kurze feststellung was habe ich eben gemacht wie hat mich das verändert diese tätigkeit und es kann sein dass es ein ganzer arbeitstag war und dass man das noch mal ein bisschen rekapituliert noch mal homöopathisch durchgeht diese erlebnisse auch wenn die nicht schlimm waren und auch nicht traumatisch einfach vielleicht sogar langweilig der tag bislang oder die jetzt habe ich drei stunden lang akten sortiert irgendwas völlig langweilig und naja habe ich dabei radio angemacht und habe an was anderes gedacht oder sowas aber dass du dich mal fragst was hat das mit dir gemacht wenn das eine übung wäre wenn diese zeit wie ein medikament wäre was du eingenommen hast was hat dieses medikament diese tätigkeit mit dir gemacht gar nichts oder einfach nur dich in irgendeiner emotionale nulllinie gebracht ja das wäre eine frage eine gute anfangs frage die du dir stellen kannst um dir klarer zu werden was geht in dir so ab und was macht das leben mit dir und das ist die voraussetzung dass du solche momente schaffst dass man dann mal gucken kann gibt es einen schönen gedanken in mir den ich finde eine vorfreude auf etwas was kommt oder eine nachfreude von etwas was ich erlebt habe und was ich vielleicht schon wieder seit zwei minuten vergessen habe aber vor zwei minuten hat jemanden so geilen joke gerissen ich musste so tränen lachen wenn ich daran noch mal denke muss ich noch mal so nach kichern ja diese geschichte und das können wir ruhig mal als mantra nehmen das heißt wenn wir einen schönen gedanken haben einen schönen gedanken finden in uns an etwas etwas schönes und wenn wir gar keinen schönen gedanken haben dazu kommen wir gleich aber wenn wir den schönen gedanken finden in uns dass wir den mantrisch wiederholen innerlich gedanklich zum beispiel wäre das so ich liebe neapolitanische pizza und gute neapolitanische pizza inzwischen hat ja fast jede stadt das ist ja neapolitanische pizzas geht ja wie ein lauffeuer um sich aber nicht jede ist gut und es gibt ein laden ragazzi bei uns in osnabrück der das ist mein lieblingsladen für neapolitanische pizza hier in osnabrück und da gehe ich nicht oft hin aber wenn dann freue ich mich da auch richtig drauf weil ich weiß jetzt kommt mal wieder auch von den zutaten her da ist jede zutat da hat der chef auf jede zutat geachtet original italienisch und es schmeckt wirklich richtig gut weil ich war selber schon in italien ich weiß wie das original da wirklich auch schmecken sollte und die kommen da sehr nah dran sagen wir es mal so und wenn ich dann entscheide heute abend gehe ich da hin vielleicht gehe ich da gar nicht hin letztendlich aber ich habe den plan ich gehe da hin kann ich mich die ganze zeit darauf freuen und jetzt dachte ja aber was ist wenn es dann zu hat ruhetag was dann dann sage ich oh hat nicht geklappt und dann weiß ich okay ich darf mich darüber ärgern ich darf auch enttäuscht und frustriert sein völlig normal solange ich mag ich gebe mir die erlaubnis für jedes negative gefühl weil ich mich so darauf gefreut hatte aber deswegen lasse ich mir doch meine freude nicht verderben die ich vorher gehabt habe ich genieße die vorfreude auch wenn sie in enttäuschung mündet und das kann man sich mal alleine klar machen aber das braucht eigentlich zeit dass wir nicht alleine sondern wieder mit anderen mitmenschen zusammen diesen spirit immer aufrecht halten und uns immer wieder zusammen klar machen dass wir wieder in die spur zurückkehren auch nach enttäuschung auch nach frust auch nach wir können und wollen einfach nicht mehr dass man in der gemeinschaft sagt so jetzt atmen wir mal zusammen tief durch und dann kommen wir aber wieder in die positivität kopf hoch und das klappt dann halt oft wenn du ganz alleine bist oder dich ganz alleine fühlst auch wenn du vielleicht gar nicht alleine bist in der familie partnerschaft job und so weiter das geht dann manchmal schief wenn du dich das gefühl hast du bist ganz alleine damit dann ist es sehr schwer so einen positiven gedanken wirklich lange kontinuierlich aufrecht zu erhalten bei mir ist das zum beispiel der gedanke an meine gruppe an meine qigong gruppe ich spreche immer von der gruppe damit meine ich eigentlich die masterclass und von der masterclass die schüler die auch öfter mal vorbeikommen bei präsenz live seminaren die ich also in fleisch und blut dann auch mal sehe denen begegne mit denen interagiere das sind für mich absolut meine lieblings menschen muss ich sagen da bin ich parteiisch da bin ich wirklich parteiisch weil dieser spirit der herzlichkeit offenheit klarheit der dass sich gegenseitig unterstützens gemeinsam den weg gehen das ist so schön und das gibt mir so viel kraft und freude und da ist so viel lachen in der gruppe immer so viel lachen von herzen echtes lachen hört man da dass das nicht nicht künstlich nicht irgendwie massentier lachen sondern also echt bio organisch öko demeter das allerbeste schönste lachen von echt herzen so sogar kind wie ein kindliches lachen wieder dass du das kindliche strahlen in den augen von den menschen wieder siehst so ein lachen das machen wir im qigong club das solltest du mal erleben das ist ein ganz heißer tipp von mir selbst wenn du das kenne ich habe ich ja ja lachen ist schön mach mal den test mach mal den test einfach wenn der atmosphäre des der wärme des angenommen seins und auch nicht eine lernatmosphäre du musst was können du musst dich zeigen du musst dich einordnen ob du besser und schlechter bist das findet bei uns gar nicht statt sondern nur die reine zuwendung zueinander und zu wissen da entsteht so eine solche power ohne regeln ohne gebote ohne du musst so sein darfst nicht mehr das machen völliger quatsch sei du selbst und spüre dich selbst und komm bei dir selbst immer mehr an und jeder unterstützt dich dabei und du unterstützt automatisch dadurch dass du selbst machst unterstützt du in dieser gemeinschaft andere weil du ihnen gutes vorbild bist und ihnen dadurch die kraft gibst auch mehr sie selbst zu sein und dahin zu gehen und dadurch den energiehaushalt ins gleichgewicht zu bringen das ist so eine schöne angelegenheit und bei mir wie gesagt ist ein schöner gedanke den ich mantrisch wiederhole auch mit vorstellung zusammen es ist mehr ein bild eine vorstellung von meiner gruppe wenn ich die augen schließe und mir die gruppe vorstelle in der gruppen situation wie wir zusammen essen wie wir zusammen lachen wie wir zusammen üben wow das zaubert ein strahlen in mein gesicht da kann ich nicht anders das holt mich so ab und egal wo ich bin das heißt nicht dass egal wie schlecht es mir geht ich muss nur die gruppe denken dann bin ich immer wieder gut drauf da muss das teilnotiv genug sein aber es hilft es ist ein starkes medikament und auch nicht nur ich denke einmal kurz eine gruppe sondern ich kann da auch mal fünf minuten dran denken und in diese welt der harmonie eintauchen obwohl die eigentlich gar nicht real ist sie ist nur in meinem geist real aber ich erzeuge sozusagen eine parallel realität dazu und entscheide mich bewusst wenn ich hier in diesem augenblick nichts schön finde alles nur stressig und schlimm in diesem augenblick dann gehe ich nach innen und nutze meine innenwelt um da das schöne zu entdecken weil wer zwingt mich dazu dass ich immer nur von hässlichen unschönen dingen die spüre auch als nicht schön als negativ die ich als negativ spüre und wahrnehme wer zwingt mich dazu wo ist die verpflichtung dass ich das immer spüre wahrnehme und bin gibt es keine verpflichtung zu und auch keine verantwortung du kannst ja trotzdem das tun wenn du zum beispiel sanitäre anlagen auf einer kirmes sauber machen muss normal kein schöner ort da sind auch manchmal nette gespräche bestimmt oder nette gäste die aufs klo gehen aber oft betrunkene die einfach nur ärger machen und du sagst dir das ist jetzt also mein leben hier bin ich jetzt angekommen jetzt sitze ich hier also als kloman und mach hier sauber und werde höchstens noch beschimpft und muss mal hoffen dass jemand was auf mein tellerchen legt denn ich krieg hier nicht viel geld ja das was was machen da kannst du nicht sagen oh ich gucke immer schön den wasserhahn vom waschbecken an ist so ein schönes silber war so schönes silber vom wasserhahn da starr ich drauf die ganze zeit nee kannst du nicht du kannst versuchen mit den menschen die da kommen und gehen immer ganz kurze mikroschöne erlebnisse kommunikativ zu machen spaß zum beispiel zu haben das wäre so sehe ich zum beispiel im osten dann so in der ehemaligen ddr wenn ich da bin im leipziger umland und in leipzig wenn da irgendwelche öffentlichen klos sind und irgendwelche leute die offensichtlich einen scheiß job haben wenn wenn ich mit denen ein bisschen spaß mache das immer sofort eine gute zeit dass ich denke wow wenn die das öfter erleben dann haben die auch einen schönen arbeitstag so dann ist fast egal was du arbeitest weil du hattest einen schönen tag einfach schönes ambiente nette leute um dich rum völlig unterschätzt alle gucken immer nur was ist die richtige tätigkeit der richtige job anstatt zu gucken vielleicht ist der job ja unwichtig sondern das umfeld die kollegen die mitarbeiter das ist das was dein lebensgefühl ausmacht oder mehr ausmacht bei mir jetzt nicht so ich arbeite ja obwohl auch ja mit den gruppen ja aber ich arbeite ja auch viel alleine wenn ich die ganzen content geschichten mache hier und ich liebe es ja wenn du mich kennst ich liebe es allein zu sein allein zu arbeiten dass da fühle ich mich so rund und voll und erfüllt wundervoll wundervoll ein schöner gedanke und den mache ich mir auch häufig dass wenn ich hier alleine sitze sage ja andere die werden jetzt fühlen würden sich einsam fühlen oder war keine kinder vielleicht kriege ich nie kinder in meinem leben und bleibt kinderlos wie traurig was für ein dystopie gefällt mir gar nicht und da kann ich aber immer wieder mich reconnecten und in meinem gedanken briefmarken album so ein paar schöne gedanken dazu finden wie gut es mir eigentlich damit geht und dass ich dass das ausdruck ist dass ich ganz für mich da bin dass ich merke dass wir viel zu viel für mich ein familienleben wo alles drunter und drüber läuft und ich weiß ja es ist für jeden anstrengend und ich weiß ja alle eltern verfluchen das früher oder später mal in einigen momenten dass alles zu viel ist und dass sie gar kein eigenes leben mehr haben und so weiter gerade heutige eltern die ja immer mehr unter leistungsdruck stehen und immer mehr helikopter eltern werden müssen um auch vor anderen eltern gutes bild abzugeben da gibt es wenige blasen die sich wo sich eltern zusammentun und sagen wir machen das alles nicht mit und wir lassen die kinder auch mal alleine im garten spielen und müssen nicht alles beobachten betreuen und sonst was gibt es aber sehr selten und dann natürlich auch es wird geächtet als wir du vernachlässigst dein kind du fährst es nicht überall hin du bist eine schlechte mutter ein schlechter vater weil du nicht alles immer machst für deine kinder und dich vollkommen aufgibst als mensch aber da berichten ja mütter die meisten mütter sagen naja der zaubertrick besteht darin irgendwann mal das schlechte gewissen abzulegen und zu akzeptieren dass du eine schlechte mutter bist wie oft ich das schon gehört habe dass mütter mir das gesagt haben aber so strahlend es ging einfach nur darum dass ich akzeptiere dass ich eine schlechte mutter bin und jetzt ist alles easy wo ich so denke was muss das ein krasser prozess gewesen sein im inneren oder ich weiß nicht ob du das als mutter oder als vater schon mal durchgemacht hast ich bin ja kinderlos aber ich meine ich kann das höchstens übertragen auf meine schüler die auf für die ich in gewisser weise aber auch natürlich auf eine völlig andere art und weise da bin und denen ich mich verpflichtet fühle aber ist natürlich was völlig anderes und jetzt bei dem thema schöner gedanke dass du einen schönen gedanken wenn du den gefunden hast ruhig mantrisch wiederholst immer wieder diesen gedanken in die wach rufst oder auch die bilder immer wieder in wach rufst und guckst auch erst mal machen bilder mehr was mit mir dass die mich in positive stimmung bringen oder gedanken wörter vorstellungen die dich wieder in die spur bringen die der kraft geben etwas worauf du dich freust und der allerletzte tipp hier noch zum schluss ist wenn du jetzt mit dem totschlag argument kommst und das ja aber ich habe ja nichts schönes ich habe ja ich bin halt wieder mal die ausnahmen alle haben irgendeinen schönen gedanken jetzt und sind happy mit dem podcast hier nur ich wieder nicht ich habe gar nichts schönes dann würde ich dir sagen wird es höchste zeit dass du jetzt dein ganzes leben auf die stopptaste drückt und zwar jetzt und sofort guckst was wäre eine freude für dich in deiner zukunft auf was kannst du dich freuen dass du dir jetzt organisiert eine ein erlebnis organisiert dir gedanken machst womit du dir eine freude machst worauf du dich freuen kannst egal was nutze dein spielraum sachen ja ich habe ja kein geld ich kann ja sowieso nichts machen so lasse ich dich hier nicht aus der episode so kommst du mir hier nicht raus erst mal noch eine idee ne erst mal eine idee für dich für ein schönes erlebnis für etwas schönes worauf du dich freuen kannst und nicht etwas was vielleicht ins 13 jahren gehe ich in rente das ist mein schöner gedanke nicht was in 13 jahren ist reicht nicht das merkst du selbst da hat da kannst du dich nicht emotional darauf freuen 13 jahre sind zu viel das muss anders aussehen das muss schneller kommen also auch ein bisschen belohnungsprinzip aber dass du dich dann auch wirklich verpflichtet dich immer wieder positiv darauf einzustimmen auf das was du dir das selber ermöglichst und ich sagst naja übermorgen gehe ich eiskunst laufen war schon immer mein traum ja nee ist echt mein traum und wenn du sagst das hört sich aber nicht an als sei es dein traum als sondern eher als würde ich das stressen oder nerven dass du dahin musst ja ist toll wenn sich das so anhört aber ist trotzdem mein traum das weiß dann wird zeit dass du dann auch ein bisschen mein gefühl reingehst und noch mal nachspürst spürst du schon wie schön das ist oder brauchst du noch ein paar bilder und noch mal ein paar details damit dieses gefühl in dir entsteht wie schön das wirklich wird so und damit mit dieser idee entlasse ich dich für heute alter alter schwede und ich hoffe die hat der podcast die episode heute gefallen und dann würde ich mal sagen wenn alles gut läuft sieht und hört man sich wieder bis dann demnächst und